Jetzt kommen wir zur sogenannten Psycho-Edukation. Das heißt, viele Patienten kommen, setzen sich vor mich hin, erzählen mir Symptome und sagen, ist das normal? Es ist die größte Angst von Patienten, dass sie verrückt sein können. Es ist sehr viel Angst, dass sie sich nicht normalerweise fühlen. Deswegen ist es so wichtig, dass sie die Symptome kennen, damit sie sie explizit abfragen können. Nicht jeder Patient wird ihnen von sich aus alle Symptome berichten, damit man sie explizit abfragen kann wie so eine Liste, weil nicht jeder Patient alles frei berichtet. Es ist sehr wichtig, dass sie sich über diese Symptome kennenlernen, damit sie sich überprüfen können und diese Symptome identifizieren können. Denn die Patienten können sie nicht kennenlernen. Es ist deswegen auch gut, das noch ein bisschen zu erklären und zu erklären, warum diese Symptome entstanden sind. Es ist sehr wichtig, warum diese Symptome entstanden sind. Wir werden jetzt ein paar Symptome zusammen sammeln. Was können Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung sein? Dann werde ich ihnen erklären, was sie dann eben den Patienten sagen können. Wie sind die möglicherweise entstanden? Warum sind die da? Und dann gibt es eine kleine Übung, die sie in den Zweierteams ausführen, wo sie Patient unterrichtet, und sie spielen und eben mal so ein paar Symptome erklären. Dann gibt es ein kleines Üprags, das ihr in den Paaren gemacht habt, wo ein Patient oder der Terapeute wird und ihr könnt über diese Symptome sprechen. Okay. Starten wir erst einmal damit. Was kennen Sie für Symptome? Was gibt es für Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung? Genau. Jetzt wir beginnen mit dem, welche Symptome der Terapeute sind. Häufig kommen Patienten und berichten von Symptomen des Wiedererlebens und der Übererlebens. Das ist wichtig, dass Sie den Patienten erklären, dass das bei fast allen Patienten auftritt, die traumatisiert sind. Ich gehe manchmal so weit, dass ich, es gibt ja den ICD-10, den ich immer bei mir in der Praxis habe. ICD-10 ist wieder DSM-4. Dass ich den DSM-4 nehme und den Patienten wirklich zeige, sehen Sie, hier sind die Symptome, um das Ganze auch wirklich offiziell zu machen. Вот, например, можно взять den Klassifika-Terapeute, DSM-4 und показать dem Patienten, ob es diese Symptome gibt. Ja. Zu den Symptomen des Wiedererlebens oder was Patienten wiedererlebens? Geräusche? Gerüche? Bilder? Ja. Ja. Вот, например, к переживанию, zаново переживания, вновь и вновь, относятся к переживанию звуков, запахов, каких-то картин. Ага, 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 ця не юрист. Ich出ы paused, ага! Ага, ага… Ага, ага... И стоит… Ага… Ага, вот и стоит… Ein weiteres Symptom ist, es ist ein Gefühl, sich ständig in Gefahr zu befinden. Ein wichtiges Symptom ist das Gefühl, dass ich immer in Gefahr bin. Einmal zeigt sich das durch das Wiedererleben, zum anderen aber durch das Symptom des Hyperarousel, also durch eine Wachsamkeit. Das erste war, dass es wieder und wieder überwacht wird. Das zweite ist das Hyperarousel, das ist eine sehr große Gefühl, eine Überwachtung. Dies wird ausgelöst durch einen bestimmten Trigger. Und das ist durch einen entsprechenden Trigger. Manchmal ist hier der Zusammenhang auch für einen Patienten offensichtlich. Zwischen Trigger und wieder. Ich hatte zum Beispiel eine Patientin, die von einem ausländischen Mitbürger vergewaltigt wurde. Und wenn die heute ausländische Mitbürger auf der Straße sieht, dann wird sie sehr erregt. Ganz häufig ist es aber auch so, dass Patienten sagen, auf einmal hatte ich das Bild in meinem Kopf. Ich weiß nicht warum. Und es ist nie auf einmal so gut. Es ist Ihre Aufgabe als Therapeute herauszufinden, was ist der Trigger. Und es geht wirklich darum, die Trigger ganz genau zu identifizieren und dann später zu bearbeiten. Ein weiterer Symptom, ein ganz häufiges, ist ein Symptom des Wiedererlebens. Flashbacks, ein Trigger. Ein weiterer Symptom. Ein weiterer Symptom ist das Symptom der Verwaltung, Flashbacks und ein schmerzendes Leben. Eine häufige Reaktion der Patienten darauf, was auch wieder ein Symptom ist, ist die Vermeidung. Der Patient glaubt, dass es passiert. Oder das ist eine Vermeidung. Der versucht, das Wiedererleben zu vermeiden. Aber das bedeutet das? Ja, ja. Wenn bei einem Patienten, zum Beispiel, eine schmerzende Symptom, wir als Therapeuten müssen wir, dass er versucht, dass er diese Symptom zu vermeiden wird. Zum Beispiel Altena. Damit kommen sehr häufig Patienten. Wir werden dann morgen auch nochmal eine Methode erlernen, wie man damit umgehen kann, wie man das therapieren kann. Wie man damit umgehen kann, wie man damit umgehen kann. Viele Patienten gehen gar nicht mehr schlafen, betrinken sich bevor sie zu Bett gehen, nehmen schlaftabletten, um nicht wieder alle Träume zu haben. Viele Menschen, die eigentlich боятся, dass sie das alles schlafen können, und sie machen alles, was nicht zu Hause macht, sie können sie trinken, sie können sie trinken, sie können sie schlafen, sie können sie zu Hause spüren. Erklärst du den Patienten, dass diese Symptome nur zeigen, dass diese Dinge in einem unverarbeiteten Erlebnis Und weil es unverarbeitet ist, kann es so leicht wieder abgerufen werden und überflutet werden. Ein weiteres Symptom, das wir hier auch aufgeführt haben, ist die körperliche Erregung. Patientinnen können nicht schlafen, sind sehr leicht gereizt, wodurch es eben auch die schon vorhin erwähnten Beziehungsstörungen gibt. Ich habe zum Beispiel eine Patientin, die zu mir kam mit Depressionen und die mir erzählte, dass ihr Freund sehr gereizt ist und sie nicht versteht, warum. Und nach einer weiteren Exploration hat sich herausgestellt, dass er in Afghanistan stationiert war und seitdem ist er so gereizt. Und in dem Fall hatte ich jetzt nicht den traumatisierten Patienten vor mir, sondern den Angehörigen, aber auch da kann man durch Psycho-Education eben etwas erreichen. Und in diesem Fall kam bei mir nicht nur ein traumatisierter Mensch, sondern auch seine Freundin. Aber auch durch Psycho-Education können wir diesen Prozessin helfen. Wir können diesen Prozessin helfen. Erklären Sie den Patienten, dass nach einem traumatischen Ereignis der Körper ständig in Alarmbereitschaft ist und ständig Adrenalin deswegen ausgeschüttet wird. Und deswegen fühlt man sich ständig so, als ob man fliehen, angreifen oder erstarren muss. Ein weiteres Symptom ist die Vermeidung. Patienten versuchen, alles zu vermeiden, was für sie mit Gefahr aktiviert ist. Следующий Symptom – это избегание. Patient хочет избежать всего, что приведет к опасности. Meistens ist es jedoch nicht möglich. Ich hatte zum Beispiel eine Patientin, die komplett traumatisiert war. Die gar nicht mehr nach draußen gegangen ist, nur noch drin geblieben ist. Die hat dann irgendwann im Internet, in einem Chatroom, jemanden kennengelernt. Der dann auf einmal übergriffig wurde und von ihr verlangt hat, ihr Nacktschfotos zuzusenken. Und sie hat das gemacht. Das ist ein Beispiel für komplette Vermeidung und für den Verlust der Differenzierung von was ist gefährlich und was ist nicht gefährlich. Und bei der Patientin, das war für mich ganz schwer, weil einerseits ging es darum, diese Vermeidung aufzuheben und sie wieder in die Welt zu schicken. Und mit dieser Patientin war sehr schwierig. Weil, auf der einen Seite, wir mussten es daran arbeiten, damit sie diese Bewegung zu reduzieren, damit sie in die Welt zu gehen. Auf der anderen Seite konnte sie mir, und so schwer traumatisiert war, konnte sie mir nicht versprechen, dass sie, wenn sie einen Mann fragt, dass sie zu ihm nach Hause gehen sollte und mit ihm Sex haben sollte, dass sie dann Nein sagen würde. Aber es war sehr schwierig, dass sie das von ihr zu bekommen, dass, wenn ein Mann ihr Sex sagt, dass sie nicht sagen kann und es nicht geht. Also, das mussten wir wirklich Schritt für Schritt erst wieder lernen, und in dem Fall war es für mich auch eine große Verantwortung, noch größer als sonst, weil sie sich ja wirklich ständig in Gefahr begeben. Und es war wirklich sehr schwierig. Und es war wirklich sehr schwierig. Und es war wirklich schwierig, dass sie sich immer in eine sehr gefährliche Situation immer wieder zu tun hat. Und es war wirklich wichtig, dass sie ihren Patienten beibringen, kurzfristig ist vermeidung erleichternd, sinnvoll, langfristig führt sie nicht zum Ziel und führt sie nicht aus ihrer Störung heraus. Das heißt, es ist wichtig, dass es wichtig ist, dass sie nicht aus ihrer Störung herauskommt. Die Patienten sollen wieder lernen, was ist wirklich gefährlich und was ist nicht gefährlich. Und das, was wirklich, dass sie die Patienten lernen müssen, das bedeutet, was gefährlich ist und was nicht gefährlich. Ein anderes Symptom ist ein Gefühl der Gefühlstaubheit und der Niedergeschlagenheit. Die Patienten können oder haben Schwierigkeiten, eine emotionale Beziehung zu einer anderen Person aufzubauen. Das schlägt sich ganz vehement, oder das sind negativen Konsequenzen, vor allem für Partnerschaften, auch für Freundschaften, weil Partner dies häufig nicht verstehen. Das heißt, Frauen, die Sexualisierte Gewalt erlebt haben, können sich nicht mehr anfassen lassen, geschweige denn Sex mit ihrem Partner zu haben. Also sie wollen sich gar nicht mehr anfassen lassen, auch kein Sex mit dem Partner zu haben. Also sie wollen sich gar nicht mehr anfassen, auch kein Sex mit dem Partner zu haben. Es ist wichtig, dass sie nach ein paar Stunden den Partner auch mit dazu einladen für eine Sitzung und das mal mit allen zusammen besprechen. Und wenn der Partner nicht der Täter ist. Nur wenn der Partner nicht der Täter ist. Aber nur wenn der Partner nicht der Täter ist. Ein anderes typisches Symptom, ähnlich wie auch bei Depressionen und Konzentrationsschwierigkeiten. Ein sehr wichtiger Symptom, wie auch bei Depressionen, ist die Konzentration. Es liegt daran, dass so viel kognitive Kapazität darauf verwendet wird, mit dem Geschehen fertig zu werden oder es zu verdrängen. Das ist ein besonders beängstigendes Symptom. Weil man in unserer Gesellschaft ja nicht überleben kann. Das ist ein besonders beängstigendes Symptom. Weil man in unserer Gesellschaft ja nicht überleben kann. wenn man sich nicht konzentrieren kann. Viele sind nicht mehr arbeitsfähig, weil man eben dafür eine gute Konzentrationsfähigkeit hat. Und auch da ist es wichtig, sagen Sie Ihren Patienten, dass das wieder vorbei geht, sobald die posttraumatische Belastungsstörung sich eben verbessert. Ein weiteres Symptom ist dieses Gefühl des Kontrollverlustes. Das liegt daran, dass viele Menschen in der Situation, in der Ihnen das passiert ist, das Gefühl haben, nichts tun zu können. Und da das ja in unverarbeiteter Form gespeichert ist, erleben Sie dieses Gefühl heute genauso? Und auch das geht wiederum so weit, dass Patienten sagen, ich denke immer, ich werde noch verrückt. Und auch hier ist es wichtig, nochmal das Phänomen des Wiedererlebens zu erklären. Patienten haben häufig das Gefühl, diese Erinnerungen kommen über sie, ohne dass sie das kontrollieren können. Und es ist wichtig, dass die Erinnerungen von schwierig sind. Und es ist wichtig, dass die Erinnerungen von der Situation immer wieder zurückblenden Eles überprühen. Auch berichten viele Patienten gerade am Anfang von Schuld- und Scham-Gefühlen. Machen sich Vorwürfe, dass sie sich nicht ausreichend gewehrt haben, dass sie überhaupt in diese Situation gekommen sind. Ein Beispiel sind auch Frauen, die mir sehr scham erfüllt davon berichten, dass sie während einer Vergewaltigung sogar eine gewisse sexuelle Erregung verspürt haben. Da können Sie erklären, dass es eine Schutzfunktion des Körpers ist, denn wenn sie das nicht verspürt hätten, wären die körperlichen Schäden noch schwerwiegender geworden. Und dann kann man dem Patienten erzählen, dass wenn sie das nicht fühlten, dann wäre die Traumatisierung des Körpers noch größer. Das bedeutet, dass ihr das Körpers schützt. Diese Schuldgefühle werden ihnen aber häufig auch von der Umwelt eingeredet. Ein Beispiel ist sowas wie... Du bist selber an Schuld und hast einen Fulzen-Rock angezogen. Ja, war doch klar, dass du da vergewaltigt wirst? Und da ist es wichtig, dass sie mit Patienten das hinterfragen. Ist man denn automatisch, wenn man ein Fulzen-Rock anzieht, freiwillig für alle Menschen? Ein Beispiel ist eine Patientin, die vor 40 Jahren vergewaltigt wurde. Und die in einem sehr konservativen Umfeld aufgewachsen ist. Und deren Eltern sie dann in ein Kloster gegeben haben, in eine Klosterschule. Nachher. Ja, nach der Vergewaltigung. Nachher. Ja, nach der Vergewaltigung. Ja, ja, aufgewaltigt, weil es passiert. Und dann, wenn das passiert, die Verwaltungen und die Eltern wissen, sie in die Schule, im Monast. Das heißt, also am Anfang geht es wirklich auch sehr darum, mit diesen Schuldgefühlen zu arbeiten und die kognitiv zu hinterfragen, umzustrukturieren. Und es ist wichtig, dass viele Patienten, aber nicht gegen den Täter, sondern eher in anderen Kontexten ist Ärger. Ja. Und zwar Ära gegen Familie, Freunde, auch gegen mich als Terapeuten, weil ich sie wieder an das Traumatische Leben erwähne. Ja. Und das kann passieren, wie bei der Familie, bei der Freunde, bei der Terapeuten, also bei der Terapeuten und bei der Terapeuten. Weil ich sie immer wieder an das Traumatische Leben erwähne. Hier können Sie erklären, dass es auch abklingen wird im Laufe der Terapeuten, weil es häufig sehr fremd ist für Menschen, die vorher nicht aggressiv waren. Und es ist auch ein häufiger Arger, der auch geäußert ist, dass es auch ein häufiger Arger ist. Warum ist mir das passiert? Und da kommt man sehr schnell auf eine sehr philosophische Diskussion über Gerechtigkeit und über Sinn. Und da ist es gut, wenn Menschen spirituell sind, religiös sind, weil ihnen das dann hilft, hier einen Sinn zu finden. Ein letztes Symptom, das häufig auch auftritt, ist sowas, dass das Selbstbild und das Weltbild sich verändert durch die Traumatisierung. Die Welt ist auf einmal ein gefährlicher Ort. Und der Patient zerfleischt sich selber manchmal vor Selbstkritik und hat ein sehr niedriges Selbstbewusstsein. Und auch da ist es wichtig, Verständnis dafür zu zeigen, angesichts des Geschehen. Und dann auch dem Patienten mitzuteilen, dass sich das im Laufe der Therapie wieder verändert wird. Und es ist wichtig, dass es in diesem Kontext der Therapie sehr wichtig ist, dass es das Leben verändert wird. Es gibt noch Fragen zu den Symptomen? Es gibt noch Fragen zu den Symptomen? Es gibt noch Fragen zu den Symptomen. Es gibt noch Fragen zu den Symptomen, den Symptomen, oder... 最後 auf die Verdiungen an. Es gibt noch Fragen zu den Symptomen. Inspe fastertlichen Symptomen?